Seit zehn Jahren sind Thomas Müller und seine Lisa unzertrennlich. Und obwohl sich ein Großteil seines Lebens auf dem Fußballfeld und somit vor Augen der Öffentlichkeit abspielt, hält sich der 27-Jährige bezüglich seines Privatlebens lieber bedeckt. Doch nun teilt seine Ehefrau via Facebook einen niedlichen Schnappschuss. Bei diesem Knutschfoto steht eines fest. Die beiden sind noch genauso verliebt wie am ersten Tag. Und da Thomas und Lisa sonst eher selten ihre Liebe via Facebook zur Show stellen, freuen sich ihre Fans umso mehr über das Liebesselfie. Tolles Foto von euch beiden oder super, so lieben wir euch, authentisch, lauten die Kommentare. Wahrscheinlich ist genau diese Bodenständigkeit ihr Geheimrezept für eine so glückliche Ehe. Privat hat Thomas Müller längst einen Volltreffer gelandet. da Untertitelung des ZDF, 2020